Seit rund 11.15 Uhr ist er da, der kalendarische Sommer 2022. Das vergangene Wochenende brachte schon große Hitze, aber es war eigentlich erst das letzte Frühlingswochenende mit Temperaturen bis zu 39,2 Grad. Seit heute Vormittag ist der Sommer nun da und viele fragen sich, was gibt das für einen Sommer, einen Hitzesommer, wenn der jetzt schon so warm gestartet ist. Wir schauen uns in diesem Video Wetterkompakt mal an. Was könnte uns der Juli und der August bringen? Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net. Aber erst mal der Blick auf das aktuelle Wetter heute Abend und in der kommenden Nacht. Da gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter hier im Süden von Baden-Württemberg und von Bayern. Die lassen langsam nach. Die Temperaturen gehen im Süden auf 18 bis 15 Grad zurück, sonst auf 15 bis 9 Grad. Wir schauen morgen auf den Mittwoch. Der bringt erst mal viel Sonnenschein dem Norden, denn hier ist das Hochfriede unterwegs. Aber im Süden, da liegt diese Wetterfront. Und diese Wetterfront bringt morgen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter vom Süden von Rheinland-Pfalz am Saarland vorbei bis nach Baden-Württemberg unten im Süden von Bayern. Da müssen wir morgen immer wieder mit zum Teil kräftigen Schauern und Gewittern rechnen. Aber auch mit Sonnenschein nach Norden dagegen meist trocken und viel Sonne. Die Temperaturen steigen im Norden und Osten auf 23 bis 28 Grad, in der Landesmitte auf 26 bis knapp 30 Grad. Ja, wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Wir schauen auf die Ensemble-Vorsage für Süddeutschland, für Südwestdeutschland bis zum 7. Juli. Wir sehen hier oben die Luftmassentemperatur in 1500 Metern Höhe und wir liegen in den kommenden Tagen erst mal deutlich über dem Klimamittel drüber. Das liegt so knapp unter 10 Grad. Wir landen so bei knapp 15 bis 18, 19 Grad. Und auch danach wird es langsam zwar etwas kühler, aber meist bleiben wir immer wieder leicht drüber über dem Klimamittel. Mit vielen Ausreißern nach oben Richtung 25 Grad in 1500 Meter, aber auch ein paar Ausreißer nach unten Richtung 5 Grad in 1500 Metern Höhe. Und im Südwesten gibt es immer wieder kräftige Schauer und Gewitter. Aber was könnte uns nun der Sommer bringen? Wie schaut es aus im Juli 2022? Wird er zu heiß, wird er zu kalt werden im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020? Noah sagt, nee, der Juli wird weder zu heiß noch zu kalt werden. Wir sehen viel weiß im Juli, nur so ein bisschen orange hier im Nordosten und im Südwesten. Das heißt, dort könnte der Juli 0,5 bis 1 Grad wärmer ausfallen als das Mittel von 1991 bis 2020. Wir schauen weiter in den August hinein und der sieht schon ein bisschen anders aus. Weit verbreitet 0,5 bis 1 Grad zu warm und hier im Südwesten auch mal 1 bis 2 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Und was sagen die Europäer? Ja, die sagen eigentlich für den Juli, es bleibt alles wie immer, wie im langjährigen Mittel, weder zu warm noch zu kalt. Das ist grau hier. Ja, und grau bedeutet eben keine Temperaturabweichungen erkennbar. Und wir schauen in den August hinein. Da sehen wir auch grau hier im gesamten Norden. Das heißt insgesamt ein normal temperierter August, aber hier im Rest des Landes 0,5 bis 1 Grad wärmer. Wir können also festhalten, weder die Amerikaner noch die Europäer sehen irgendwie einen extremen Hitzesommer, aber eben auch keinen extrem kalten Sommer. Es soll alles entlang des Durchschnitts verlaufen. Ich mache da mal so ein kleines Fragezeichen dahinter. Wir sehen momentan, es ist ziemlich heiß und die nächsten Tage gibt es immer wieder Hitzeeinschübe. Ich warte mal ab, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das war es vom Wetter Kompakt. Tschüss, bis bald.